. 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 Sie haben noch einmal gesagt, dass sie ein neues Wohnheim gebaut haben. Und dann kam er gerade nach Hause und sagte, «Mami, du musst mich gut anmelden. Ich will jetzt ins Wohnheim.» Ich weiss nicht, ob etwas fertig gebraucht hat. Aber das ist gut. Das ist gut. Hallo. Ist das Bier? Ja, das ist die. Nein, nein, ich kann wahrscheinlich solche Blutdruck drin schnitteln. Ich freuebe mich hier. Ja. Untertitelung. BR 2018